Hallo Filmfraggles und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Selten wurde ein Film vor dem Kinostart so sehr gehypt wie Birdman und ob der Film dem Hype gerecht wird, das hört ihr jetzt. Das Filmradio mit Dante Regan Thompson, der wird hier von Michael Keaton gespielt, war mal ein erfolgreicher Schauspieler. Er hat den Birdman gespielt. Das ist lange her und nun versucht er sich am Broadway als ernsthafter Theaterregisseur und Schauspieler. Er steht kurz vor der Premiere seines Stücks What We Talk About When We Talk About Love. Doch es läuft nicht wirklich viel glatt, denn er hat Probleme mit seiner Tochter und wird auch immer wieder von seinem alter Ego Birdman eingeholt. Das war wirklich ein tolles Kinoerlebnis. Der Film hat so viele Punkte, die mir gut gefallen. Erstmal, die Regie ist wirklich richtig klasse. Die Kamera ist der heimliche Star, denn es gibt im gesamten Film keinen erkennbaren Schnitt. Das wird ähnlich gehandhabt wie in Hitchcocks Cocktail für eine Leiche. Das passt halt echt auch total gut zu der Theaterthematik. Die Kamera geht quasi durch das Theater und da wo es spannend wird, hält sie mal an und schaut, was gerade so abgeht. Klasse. Aber auch die Schauspieler sind richtig gut. Edward Norton hat mich oft an James Dean erinnert. Emma Stone ist auch richtig klasse und Michael Keaton wirklich zu Recht für einen Oscar nominiert. Die Story ist auch toll und ist mit Keaton, der ja selbst nach den Batman-Filmen nicht mehr richtig auf die Beine gekommen ist, wirklich gut besetzt. Aber auch die Kritik beispielsweise am Hollywood-Einheitsbrei hat mir richtig gut gefallen. Gerade auch deswegen, weil sich Birdman eben konsequent von diesem abhebt. Also wenn ihr irgendwie die Chance habt, euch den Film anzuschauen, dann macht das. Ich glaube nicht gerade für wenig Leute ist das hier der Film des Jahres. Mir hat er jedenfalls ausgezeichnet gut gefallen. Birdman dauert 119 Minuten und ist auf IMDb mit 8,3 bewertet. Ich gehe höher und vergebe tolle 91 Punkte. Habt ihr gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir hören uns auf jeden Fall dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich...